Jetzt. Notfall. Die Rettungsspezialisten. Was ist das denn? Der Thomas liefert uns immer so schöne Buttons, die man immer so einspielen kann, als wenn es zum Lacher geht. So sieht das... Hallo, das ist hier voll an meinem Spenden. Ja, ja. So. Freunde, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben einmal das Diff Neck angelegt. Meistens wird das Diff Neck in Kombination beispielsweise... Thomas, reiß wir zusammen! Stich uns ab! Das kann ich nicht sagen, weil das ist fachlich begrenzt, nur richtig. Ja, dann sag ich dir was anderes. Und schon sind wir wieder im Rettungswagen im nächsten Adventskalender-Türchen. Wirs kommen raus, wir sind drin und wir freuen uns auf euch! Ich wollte dich erst fragen, wie sind wir... und da dachte ich mir das doch so Pstelig! Was? Was sagt sie denn? Was sagt sie denn? Was sagt sie denn? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020